Es ist bei mir das Motto, Schönheit kommt von innen. Was ich damit meine, ist die Wahrheiten, die im Unternehmen entstehen, die Begeisterung des Unternehmens, das nach außen zu tragen. An der Stelle ist Crowdsourcing für mich sehr relevant. Die Herausforderungen bei Crowdsourcing sind, dass man sehr viele verschiedene Meinungen, sehr viele verschiedene Impulse hat und es ist mitunter schwierig, das zu verfolgen. Da haben wir als Mittel einen sogenannten Blogletter gefunden, den wir intern zum Beispiel einmal in der Woche herausschicken, der die interessantesten Beiträge, die meist gelesensten, meist kommentierten Beiträge zusammenfasst und an die ganze Firma, also auch an die, die nicht aktive Blogger sind, kommuniziert. Und so versuchen wir die Welt des User Generated Content mit einer Redaktion zu verbinden.